Patrick, sei doch mal wie ein Rotweinfleck! Bleib doch mal auf dem Teppich! Christian, du kennst einen Stehtisch! Deine Leistung wird stetig schlechter! Ja, und die Bayern wieder auf Siegkurs. Diesmal lag es an der Geisterkulisse. 3000 da im Berliner Olympiastadion und der Müller nach dem Spiel im Interview. Die Geisterkulisse war unser Vorteil, weil wir konnten uns gegenseitig mehr hören. Da hat es seit Jahren die Strategie der Bayern, jedenfalls bei Heimspielen. Selbst wenn die Allianz Arena ausverkauft ist, ist in der Allianz Arena ungefähr so eine Stimmung wie in der Bibliothek. Hermann, stell dich mal vor den Spiegel! Dann weißt du, die fetten Jahre sind doch nicht vorbei! Das neue Bayern-Trikot wurde geleakt, so mit 21 Querstreifen. Das sieht so aus wie ein Barcode. Im Supermarkt ist das praktisch. Wenn du als Bayern-Fan da reinkommst, wirst du direkt gescannt. Die Kassiererin, ach, ein Bayern-Fan, kriegst du direkt eine Klatschpappe dazu. Wir haben auch ein neues Trikot. Bei uns sind so drei Wasseruhren drauf. Ja, die drei Zähler kann uns keiner mehr nehmen. Andi! Boah! Voll ins Zentrum, ey! Echt, ey! Sing mal eine Runde Jingle Bells! Hier und ihr drückt mal die Glocke hier auf Abonnieren, Mann! Aki! Bist du jetzt Führungsspieler? Oder warum säufst du Leitungswasser? Ja, beim Haarland hoffen wir, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Da mussten sie schon hier Schubladentests machen wegen Kreuzband. Was ist ein nackter Ritter? Weiß er nicht? Entrüstet. Das war jetzt auch ein Test, aber der war hier unterste Schublade. Nackter Ritter. Ferdinand! Wir sind hier nicht im Straßenverkehr! Du gehst bei Rot runter! Komm jetzt! In Gladbach denke ich mir die ganze Zeit, dass der Hütter mit dem Eber ein bisschen zu viel Wildwasserbahn gefahren ist. Hoch ist er auch immer langweilig. Spannend wird es erst, wenn du runterfährst und pitschnass bist. Der Hütter hat mittlerweile genauso ein gutes Image wie damals das goldene Steak mit der Ribéry da gefressen hat. Der Hütter, der macht aus den Elffohlen keine Rennpferde mehr, sondern höchstens Schimmel. Und der riecht beschissen und die kriegst du auch überhaupt nicht weg. Stefan, wie heißt denn deine neue? Dörte? Mh, lecker! Halb Döner, halb Torte oder was? In Wolfsburg wird der Kohfeldt zu K.O. Feld. Elf Spiele jetzt hier ohne... Kein zu vergessen. Hätten wir so eine Leistung gebracht, da wäre unser Sponsor vom Mannschaftsbus nach dem Spiel hingegangen und hätten sich die Räder abgeschraubt und hätten gesagt, zurückfahrt er mit dem Schiff. Laut Wolfsburg-Verantwortlichen hat der Auftritt in Leipzig aber Mut gemacht. Mh, und am Wolf stelle ich mir was anderes vor. Schickst du das aktuelle Wolfsburger Wolfsrudel los und sag mal, jach mal ein Reh, dann gehen die Spargel ernten. Und bei der Spargel-Ernte wird die Hälfte noch vom Reh gefressen. Aber es hat vier Räder und stürzt sich nicht mehr auf Ziegen und Schafe? Ein VW Wolf. Hermann, stehst du am Buffet, ne? Dann bist du wie deine Waschmaschine! Fassungsvermögen von sieben Kilo! Ja, und der Lauterbach hat sich mit dem Kahn im Berliner Hotel getroffen, um über die aktuelle Fansituation zu diskutieren. Da hat der Oli Kahn bestimmt die Hoteltür vom Lauterbach eingetreten und hat gemeint, wir brauchen Eier, Eier, Eier. Was ein Bild, ey. King Kong Kahn trifft das hässliche Entlein ohne Zähne. Dann haben sie bestimmt erstmal diskutiert, wer mehr Titel hat. Der Kahn hat gesagt, hier. Vielleicht haben sie auch mal besprochen, warum die ganzen Zuschauer, wenn welche da sind, die rein dürfen, alle gesammelt irgendwo sitzen. Verteil die doch ein bisschen im Stadion, du Doof, ey. Sonst kannst du das Ding auch wieder voll machen, ey. Sitzen die da immer alle in einem Block, ey. Hat der Lauterbach zu viel vor Blocks geguckt, oder was? Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat letztens sein Auto im Parkhaus gesucht, geht an der Karre vorbei und sieht so, ach, da hat ja einer das gleiche Nummernschild wie ich. Boah, Entschuldigung. Der hat jetzt seit Jahren die Strategie der Bayern, jedenfalls bei Heimspielen, ne. Selbst wenn die Allianz Allianz... Da müssen wir wahrscheinlich ansetzen, ne. Eins steht auf jeden Fall fest, ne. Der Hütter wird aus den El Fohl, macht ja keine Rennpferde mehr. Nochmal. Mein Deutsch, Leute. Und der riecht scheiße. Und den kriegst du richtig schnell. Scheiße, scheiße. Ja, und der Hütter ist mittlerweile im Image. Nochmal. Was ist ein nackter... Moment, nochmal. Fuck. Nackter Ritter, danke, ey. War doch richtig.